Hey, wir kommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 18 Karrieremodus mit Huddersfield Town. Wir sind am Start heute, die fünfte Episode. Letzte Episode lief so lala und heute haben wir das Ziel richtig durchzustarten und ein paar Spiele zu gewinnen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch überfreuen. Checkt die Links in der Beschreibung, IGVolt, 6% Rabattware, Coins, 4-Points, PSN, Microsoft, Gouda, Bidde, Codebugs, GamingTV, dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Gerade für den Karrieremodus bzw. für alles, was so in der Welt des Fußballs passiert, ist es auf jeden Fall nützlich, da mal vorbeizuschauen. Erste Spiel ist heute gegen Burnley, das heißt gegen ein Team, das normalerweise nicht unbedingt in der Lage sein sollte, gegen uns was auszurichten, auch wenn sie natürlich mit Sean Tyson einen guten Trainer haben. Und dementsprechend spielen wir heute, wie ihr gleich sehen werdet, genau jetzt, nicht mit Harajona, sondern mit Ins, ein bisschen offensivere Variante. Ich dachte, ich sehe Meunier am zweiten Pfosten, die Flanke ist nicht so gut, aber da ist er auch vom Stern im Spiel ganz schlecht. Oh, Moey mit der ersten Abschlussgelegenheit. Der Inform regt mir heute ein Ultimate-Tweck-Stream auf und das war sehr, sehr stark eigentlich, ganz knapp vorbei nur. Na, guter Auftakt. Schöner Ball auf Meunier. Ja, mittlerweile ist Burnley ein bisschen besser in der Partie, muss man sagen, sogar mit mehr Ballbesitz, aber wir haben die Abschlüsse. Nur kommen die nicht gefährlich aufs Tor von Heaton und das müssen sie, weil der ist nicht umsonst dritter Keeper der Nationalmannschaft, das heißt, wenn was kommt, hält das meistens ohne. Schön gespielt von Meunier und Philipp Max mit der bisher dicksten Gelegenheit. Macht sie nicht rein, aber jetzt können wir wieder. Oh, das ist nicht wahr. Also Meuniers Stellungsspiel im 16er, nicht eine Katastrophe, aber nicht gut und Amatei mit der nächsten Gelegenheit. Jetzt nochmal eine Flanke von Inns, aber die ist nicht gut. Ja, das, das, also für einen 2-Meter-Mann muss der da halt besser stehen. Der kann Kopfwelle, so ist es nicht, aber in der Situation, die Flanke war nicht schlecht von Max. Muss besser. Deport, gerade eingewechselt, vor dieser Aktion auf den Platz gekommen, für Meunier und sofort das Kopfballtor. Das ist doch einfach nur lächerlich. Die Ecke kam, glaube ich, von Marco Marien oder kam sie von Aaron Moe, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall macht unser eingewechselter Mann hier am Turf mal das Tor. Es sieht aus wie Meunier und dann steht er da am kurzen Pfosten und köpft das Ding rein, so wie Meunier gegen City. Aber hier bringt er uns in Führung, geil. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui, ich weiß nicht, was Lössel da macht. So weit habe ich ihn eigentlich rausgeholt, Gott sei Dank war so ein zweiter Versuch abseits. Aber das erste Ding, das darf natürlich so schon mal gar nicht passieren. Haieiei, das wäre natürlich jetzt ganz bitter gewesen, hätten wir so mit der ersten richtigen dicken Chance den Ausgleich kassiert. Und Deport, ohhhh, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber wir machen fast, auch wenn es angeblich ein Foul war, das 2 zu 0. Der spielt sich hier gerade in mein Herz. Alter, was? Ei, 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 ei. Nein, nein, warum steht er so frei? Abseits? Kein Abseits. Wir kassieren in der 90. den komplett unverdienten Ausgleich, weil ich nicht verteidigen kann. Ist das schlecht. Ja, muss man nichts weiter zu sagen. Wieder unentschieden, das war echt unnötig. So, wir sind im nächsten Spiel gegen die Spurs, gegen Harry Kane. Und wir haben eine ganz, ganz wichtige Änderung in unserer Startelf. Und zwar spielen wir, während wir wieder mal einen Blick auf dieses schöne Stadion werfen, auf das Kirtless Stadium. Wir spielen heute mit Depoitre im Sturm. Und ich habe gerade nochmal nachgeholt, er wird Depoitre ausgesprochen. Nicht Depoit nur, sondern Depoitre. Also, ne, das ist eh nicht wirklich mitgesprochen. Aber der spielt auf jeden Fall in der Sturmspitze heute, äh, für Meunier, weil mir der jetzt gerade ja bekanntermaßen nicht gefallen hat. Erste Gelegenheit, Amartey. Wieder gehalten, von vor. Ja, ist eine dicke Gelegenheit durch Serge Aurier, aber Leslie pariert. Depoitre und das ist nicht wahr, das ist das 1 zu 0. Der ist Kopfballtechnisch anscheinend nochmal eine ganze Ecke besser als Meunier. Klasse Flanke von Hernandes, den ich drin gelassen habe, weil er auch in absoluter Topform ist. Und der Kopfball sitzt perfekt. Schönes Tor. Hada Jonay Marín. 2 zu 0. Was ist denn hier los? Direkt die Doppelführung. Ich wollte gerade eigentlich in der nächsten Szene von Marín sagen, dass der in den letzten Spielen nicht mehr so auffällig ist wie zu Beginn der Saison. Und jetzt macht er uns hier das 2 zu 0. Da starrt er natürlich in der Ekstase. Schön gespielt. Er war von Hernandes auf Hada Jonay. Der mit der flachen Flanke von Marín rutscht. Das ist geil gespielt und wir sind 2 zu 0 vorne gegen Tottenham. Wer hätte das gedacht? Hada Jonay 3 zu 0. Ich fasse es nicht. 3 zu 0. 3 zu 0. Einfach so aus dem Nichts. Also ohne dass wir jetzt irgendwie die letzten Spiele so mega überzeugt haben offensiv, brennen wir jetzt hier gerade ein Konterfeuerwerk ab. Die Spurs sind komplett überfordert und wir führen 3 zu 0. Das war klasse gespielt von Hernandes wieder. Der Abschluss, klar, aus dem Spitzenwinkel ist schwierig, aber dann... Krass. Hör mir auf. Hör mir auf. Deport, Doppelpack. 4 zu 0. Kurz nach der Halbzeit. Flanke von Hada Jonay. Komplette Disordnung oder Disorder... Unordnung ist das deutsche Wort. In der Defensive der Spurs und das... Das... Das kann es gerne erzählen. Und jetzt verletzt sich... Ausgerechnet unsere neue Sturmhoffnung. Ich bringe dafür jetzt Sabiri. Er kann das zwar nicht, aber das ist mir egal. Ich muss ja auch sagen, ich spiele hier gegen einen Spieler unter anderem, den ich sehr gerne verpflichten würde. Also nicht, dass ich nicht einen Cain beispielsweise auch gerne hätte. Ich mache hier mal eine Infokarte. Stimmt mal ab. Wen glaubt ihr? Hätte ich gerne in meiner Mannschaft von dieser Elf von Tottenham, die hier gerade auf dem Platz steht. Bin ich mal gespannt, was bei euch da rauskommt. Wir sind jetzt seit Deport runter ist ein bisschen... Ja, die Spurs hängen an Fußball zu spielen. Sagen wir es mal so. Wir sind nicht irgendwie unterlegen oder sowas. Weiß Gott nicht. Aber wir haben weniger... Beziehungsweise wir haben weniger... Ja, einfache Spiele. Auch wenn das natürlich jetzt gerade wieder komplett einfach war. Und... Oh. Normalerweise das 5-0 sein muss. Die Einwechslung von Eriksen hat auf jeden Fall Struktur reingebracht. Aber... Uuuuh. Hada Jonay. Knapp. Hm. Ehrentreffer. Für die Spurs. Durch Jung. Amin ist Son nachher reingabe von Kane. Aber das Lachen im Gesicht. Also ich glaube kaum, dass Son lachen würde. Bei einem 4-1 Treffer. Egal, ob er trifft oder nicht. Ich glaube, da hat er ihn ein bisschen zu positiv dargestellt in seinem In-Game-Face. Zumal das hier schon wieder so einfach ist gerade. Das kombinieren. Und guck mal, da ist Philipp Max komplett frei. Philipp Max. Und er macht noch das 5-1. Was für ein Tag für Hadas fehlt. Komm. Nein. Ah. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Daya jetzt den Ball sich zurückziehen würde. Sondern ich habe gedacht, er geht nicht davon aus, dass ich ihn mitdeziehe. Aber hat er anscheinend. Ich hätte geradeaus durchlaufen können. Alter. 5-1 gegen die Spurs. What the fuck. Geiles Spiel. Oh. 3 Monate. Da fällt Deport raus. Jetzt gerade, wo der reingekommen ist und so gut war. Natürlich bitter. Wir haben übrigens 3 Nachwuchsspieler hier in unserer Nachwuchsriege. Die theoretisch Potenzial haben. Beziehungsweise nicht schlecht aussehen. Der beste von denen ist Tobias Großer. Oder das niedrigste Rating. Mal abwarten. Amatei und Sabiri steigen beide auf 77 und 66. Nicht schlecht. Nebenbei bemerkt hat das mit Marien wohl nur ich so gesehen. Der ist nämlich Player of the Month tatsächlich geworden. Finde ich schon ziemlich lustig. Wir sind momentan übrigens Fünfter. Also es läuft wirklich gut. Wir bestreiten im Liberty Stadium das letzte Spiel der Episode gegen Swansea. Und wer weiß, vielleicht ist die Verletzung von Laurent Deportre ja die große Chance für Colin Kavaner. Der steht auf jeden Fall im Quad da. Ja, schlechte Witze. Kann ich genauso gut wie schlechte Pässe. Alter. Unser Spieler des Monats zeigt direkt mal, warum er Spieler des Monats ist. Und zwar nicht nur war dieser Salto gerade einwandfrei, sondern auch dieser Longshot. Führungstreffer, 18. Minute. Marco Marien. Doppelpass mit Meunier, der wieder in der Startelf steht. Und dann zieht er einfach mal ab. 25, 26, 27 Meter. Fabianski sieht nicht allzu gut aus. Aber das Ding fliegt natürlich auch wunderschön ins Eck. Marco Marien, du. Ich sag's dir. Amatei. Das ist fast der zweite gute Longshot hier. Fabianski aber diesmal da. Ich glaube übrigens im Süden der Deutschen Republik lernt man sehr, sehr gutes Flanken. Weil sowohl Max als auch Hadarjanay die sind, was das Thema angeht, richtig, also wirklich überragend. Ich wollte es nochmal kurz belegen mit den Flanken. Nun je diesmal sogar mit einem guten Kopf, weil er Fabianski ist jetzt wach nach dem 1-0. Lösse. Hai, jai, 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 jai. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Das ist... Eih. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich mit dem besten Willen nicht. Wie die Engine normalerweise so kranke Torhüter raushaut und dann das hier. Also. Naja. Das ist auch schon wieder... Den kann er doch einfach festhalten. Gibt's am Regen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall an irgendwas muss es liegen, weil Swansea kriegt grad auch die Überhand. Aber das waren zwei Aktionen jetzt von Lössel, die so gar nicht gehen. Philipp Max an die Latte mit dem Kopfball. Also der ist auch echt torgefährlich, muss man sagen. Unser Linksverteiler, den wir ja genau dafür geholt haben, dass er halt beides kann. Vorne und hinten. Der macht doch vorne und hinten. Letztes Spiel jetzt das Tor gegen die Spurs. Und jetzt gerade schon wieder fast mit einer Bude. Dazu viele gute Aktionen wie dieser Seitenwechsel jetzt. Auf Hada Jonay. Aha. Da wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Munier. Da ist das 2-1. Was für ein Kopfball. So will ich das noch sehen. Da hat er sich wohl kurz bevor er sich verletzt hat bei Deporto noch mal was abgeguckt. Klasse Flanke diesmal von Marien. Ja, den ich da absichtlich hingestellt habe. Damit der mal eine Flanke reinbringt und sich beweist. Tor und Vorlage jetzt hier, unser Mann des Monats. Und Munier dann aus knapp 11 Metern. Richtig gut platzierter Kopfball. Keine Chance für Fabianski. Weiter so. Hernan, der steckt durch auf Marco Mach. Aieieiei. Okay. War schwer zu nehmen. Gar keine Frage. Aber wieder so stark gespielt. Guter Laufweg. Der Zentimeter fehlt. Der hätte gerade runterfliegen müssen. Für eine Grätsche von hinten. Und macht jetzt das 2-2, weil das Defensiv... Also... Ich muss noch mal das kurz angucken, weil da war doch irgendwas gerade komplett falsch. Was? Wie? Wie? Okay, der Fehler von Mui. Ja, okay. Aber... Ja, Hada Jonay geht nicht richtig. Ach! Oh, ja. Und auf der anderen Seite hält Fabianski den von Hernandez. Oh, Mann. Quana gerade eingewechselt. Auf die Reise geschickt. In der Mitte ist keiner. Aber hinten kommt Philipp Max. Schöne Ballernahme. Aber der Abschluss nicht mit Kraft, sondern mit Präzision. Und das braucht man in der Szene leider Gottes gar nicht. Noch mal Van La Parra. Noch mal Mounier. Kommt nicht hin. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal ran. Mui bringt den Ball noch mal auf Marien. Der noch mal auf Quana. Und da steht Philipp Max komplett frei im 16. Er ist nicht im Abseits. Macht das Ding aber nicht rein. Ach! Da hätte er seinen Vater noch mal ein bisschen mehr abgucken sollen. Bei den Abschlussfähigkeiten. Einen Ball kriegen wir noch nach vorne abgewehrt. Und das dürfte dann das Spiel gewesen sein jetzt hier. Jetzt liegt da im Mittelfeld noch Mui verletzt rum. 2-2 am Ende. Bitter. Ja, unentschieden können wir dieses Jahr. Aber wir können trotzdem bisher sehr zufrieden sein. Und mit der Saisonleistung, denke ich mal. Wir stehen besser da, als man uns eventuell erwartet hätte. Zu Anfang der Saison. Definitiv, als man uns erwartet hätte. Zu Anfang der Saison kommen. Mittlerweile sehr gut klar mit der Spielschwierigkeit. Und sind auf einem fünften Tabellenplatz mit 13 Punkten. Der definitiv angemessen ist. Drei Wochen fällt Aaron Mui aus. Der zieht gerade noch in der letzten Aktion das Knie verstaucht. Na, klasse. Aber drei Wochen werden wir hoffentlich nicht warten, bis wir die nächste Episode haben. Ich hoffe, die heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich überfreuen. Wir machen nächstes Mal weiter wieder mit drei Spielen. Dann sind wir fast gleich auf mit der Premier League in Realität. Ich wünsche euch bis dahin ein wunderschönes Wochenende noch. Oder was auch immer ihr gerade... Ach, keine Ahnung. Es kommt nur in der Woche. Eine wunderschöne Woche. Eine wunderschöne Restwoche. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.